Ladies and Gentlemen, Carsten Stahl ist der vermutlich humorloseste Bildleser der Welt, der eigentlich Gewaltprävention bei Kindern vermitteln möchte, aber letzten Endes ausschließlich sich selbst inszeniert und die lieben Kinderchen dabei auch noch zweckentfremdet. Einen einseitigeren Start für ein Video kann man, glaube ich, nicht wählen. Ich werde euch aber beweisen, dass es stimmt und dabei werden wir ganz viel Spaß haben, okay? Carsten Stahl betreibt seit geraumer Zeit einen durchaus erfolgreichen YouTube-Kanal und ist hier und da als äußerst dezenter politischer Beobachter bei BILD-TV anzutreffen. Dort fällt er dann gerne mal mit konstruktiven Verbesserungsvorschlägen für unser gesellschaftliches Zusammenleben auf, besonders im Hinblick auf die sogenannten Klimakleber. Ihr seid das Allerletzte. Damit wir aber verstehen können, wieso Carsten Stahl so ist, wie er ist und woher er kommt, lohnt es sich einmal ganz kurz in seine Vergangenheit zu gucken, damit wir letzten Endes hoffentlich die allseits bekannte Frage klären können. Was ist denn mit Carsten los? Am 30. Oktober 1972 erblickte Carsten Stahl das Licht der Welt und konnte erstmalig von seiner Mutter im Arm gehalten werden. Nachdem er als Kind sowohl psychisch als auch physisch von seinen Mitschülern misshandelt wurde, wechselte er nach ein wenig Training die Seiten und wurde selbst ein Mobber, bis er nach seiner Schulzeit Anführer einer kriminellen Vereinigung in Berlin wurde. Parallel betrieb er eine Menge Kampfsport, bis er sich 2007 von der Kriminalität befreite und als Türsteher wie auch Personenschützer arbeitete. 2011 wurde er dann als Protagonist der Pseudo-Doku-Soap Privatdetektive im Einsatz bekannt, in der er bis 2014 mitwirkte und, ohne dass es einen Einfluss auf die Handlung genommen hätte, er andauernd sein T-Shirt ausgezogen hat. Direkt im Anschluss startete er seine Initiative Stoppt Mobbing, die heute in seinem Verein Camp Stahl organisiert ist und mit dem er bundesweit mit Respekt, Mut und Toleranz gegen Mobbing, Gewalt, Drogen und Vorurteile in deutschen Schulen vorgehen möchte. Der Kern seiner Arbeit, wie auch Persönlichkeit, bildet also den Willen zur Bekämpfung von Mobbing und Gewalt an Schulen gegenüber Jugendlichen und Minderjährigen und dieser Kern, der ist ja mega nice. Offenbar greifen die beschlossenen Maßnahmen von Gesetzgebern, Vereinen und sonstigen Initiativen auch schon ziemlich gut, denn egal wonach man bezüglich Jugendkriminalität oder Mobbing sucht, überall ist man sich ziemlich einig, in den letzten 20 Jahren hat sich die Situation in Deutschland gebessert, auch wenn offizielle Zahlen zum Thema Mobbing höchstwahrscheinlich eine relevante Dunkelziffer aufweisen, weil nicht jeder Mobbingfall irgendwo gemeldet wird. Doch besonders in puncto Jugendkriminalität liegen recht genaue Daten vor, die belegen, dass Jugendliche glücklicherweise immer seltener kriminell auffallen. Das hat auch Carsten Stahl verstanden, indem er auf seiner Website schreibt, seit geraumer Zeit hat sich das Gewaltpotenzial von Jugendlichen stark gesteigert. Was? Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was alle anderen sagen. Aber vielleicht korrigiert er sich ja noch. Es wird immer wieder darüber berichtet, dass Mitbürger von Jugendlichen gemobbt, geprügelt und sogar totgeschlagen werden. Diese systematischen Verhaltensweisen nehmen zu und das Recht des Stärkeren wird immer öfter ausgeübt, also eine gewisse Form der Anarchie. Okay, nicht nur, dass der Anarchiebegriff ein bisschen falsch verwendet wird, nein, er reitet auch weiterhin auf seiner Falschaussage rum, alles würde immer schlimmer werden. Gut, immerhin verstehe ich dann jetzt schon mal, wieso man zu Bild-TV geht. Und er legt sogar nochmal nach, indem er gegen seine Konkurrenz austeilt. Es gibt Institute und Vereine, die entgegenwirken wollen, mit mäßigem Erfolg. Falsch. Die Politik ist mit der anwachsenden Gewaltbereitschaft überfordert. Falsch. Und die Polizei ist aufgrund der Gesetzeslage ebenfalls machtlos. Hä? Was genau soll das heißen, die Polizei ist machtlos? Gibt es ein Gesetz, das besagt, dass wenn ein 16-Jähriger mich verprügelt, er dann einfach wieder freikommt, weil die Polizei dann sagt, naja, komm, ich meine, der Junge ist 16, ja, der muss morgen wieder zur Schule, sonst wird er noch kriminell. Natürlich bin ich ja jetzt ähnlich reißerisch wie Carsten Stahl auf seiner Website und natürlich weiß ich auch, dass in einem Alter von 0 bis 14 nicht die Polizei, sondern das Jugendamt bei kriminellen Delikten zuständig ist. Dennoch wirkt der Begrüßungstext auf seiner Website ein, so ein, ein Müh, ein Mühreißerisch. Aber vielleicht muss er das auch sein, schließlich muss man ja irgendwie die 200-Euro-Toren-Online-Seminare verkaufen. Dass Carsten Stahl schon länger nicht mehr mit seiner Initiative unterwegs gewesen zu sein scheint, sieht man auch an den Referenzen, die, oh voll cute, ey, aus Lehrer- und Kinderbriefen bestehen, in denen Carsten Stahl für die tollen Seminare gedankt wird. Seit 2017 ist da nicht mehr viel passiert, zumindest kann man die Bilder in einem neuen Tab öffnen, dadurch die Dateinamen einsehen und anhand deren Nummerierung in Form von Jahreszahlen sehr häufig eine 2017 erkennen. Zwar gibt es in der verlinkten Presse durchaus neue Artikel über ihn, doch auch hier ist im Jahr 2019 Schluss. Jetzt will ich natürlich fair bleiben und man muss dazu sagen, dass 2020, also ein Jahr nach 2019, da mal irgendwas passiert ist, was dafür gesorgt hat, dass er mit seiner Initiative natürlich nicht mehr in Schulen gehen konnte, äh, ich glaube, da war sowas wie Schweinegrippe? Aber Scherz beiseite, mittlerweile sind die Schulen ja wieder geöffnet und Carsten Stahl könnte, wenn er denn wollte, wieder seine Arbeit als Anti-Mobbing-Coach aufnehmen. Vielleicht hat er einfach vergessen, seine Website zu aktualisieren. Schauen wir also fix bei seinem Instagram-Kanal vorbei, denn gegebenenfalls finden wir dort ja Neuigkeiten zu seiner Arbeit als Anti-Mobbing-Coach. Weck mich bitte aus aus diesem Albtraum, Menschen sehen vor lauter Bäumen den Weißkauf. Weck mich bitte aus aus diesem Albtraum, Menschen sehen vor lauter Bäumen den Weißkauf. Weck mich bitte aus aus diesem Albtraum. Gut, ich weiß auf jeden Fall schon, welche Songs bei ihm am Ende des Jahres in der Spotify-Rapt-Playlist landen werden. Von wegen aktivem Vorgehen gegen Mobbing sehe ich da jetzt aber auch nicht so viel. Kindeswohl wird definitiv noch thematisiert, aber wenn dann nur in einem Kontext wie... Mobbing ist extrem gefährlich. Mobbing kann zu Suiziden, zu Amokläufen und sogar zu Morden führen. Aber immer noch wird Mobbing totgeschwiegen, verharmlost und die Politik spart immer zuerst bei der Bildung. Aber was die Politik gut kann, am besten kann, ist Geld zum Fenster rausschmeißen und Geld einsparen, da wo man nicht einsparen sollte. Man merkt also, selbst wenn es hin und wieder nochmal um Kinder geht, dann eigentlich nur noch in die Richtung von... Ich hab Bock auf die Regierung einzudreschen. Und ich meine, die Muskeln dazu hat er ja. So richtig um das Wohl von Kindern geht's da also wirklich nicht mehr. Aber wie ist denn das auf YouTube? Denn da ist er jetzt auch seit kurzem erfolgreich. Beinahe durchgängig ist Carsten Stahl hier wegen aktueller Politik sauer, stinksauer, fassungslos, fassungslos oder kommt nach Erfurt. Oh Gott. Wenn es dann mal um Kinder geht, dann eigentlich nur noch dann, wenn welche sterben. Klingt hart, ist aber leider die Wahrheit. Jedes Mal, wenn in den letzten Monaten irgendwo ein tragischer, grausamer Vorfall dieser Art stattgefunden hat, rieb sich Carsten Stahl schon die Hände, um uns mal wieder zu zeigen, wie schlimm die Welt geworden ist. Es ist irgendwie dieses pathetisch-wutbürgerliche Ausdrücken von Binsenweisheiten und Binsenemotionen, was Carsten Stahl irgendwie geschafft hat zu perfektionieren. Es ist alles so unfassbar ernst und bedeutungsschwanger, dass ich mit meinem Internationismus teilweise schon ein bisschen lachen muss, wenn er mal wieder eine Drohung in meine Richtung ausspricht. Bei uns kann jeder lügen. Man hat einer ganzen Generation Leid und Schaden zugefühlen. Erbärmlich und unerträglich. Und bei so einer Nummer müsste man geschlossen zurücktreten. Und ich finde es beschämend und unerträglich, jetzt solche Worte zu hören. Alle meine Entschchen schwimmen auf dem See. Wenn ihr was von uns fordert, dann habt ihr es vorzumachen, wie lange der Krug noch zum Brunnen geht, bis er bricht. Ihr könntet auf diese Diätenerhöhung verzichten. Nehmen, 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 Gier, Gier, mehr Geld, mehr Macht. Denn für alle gelten die Gesetze. Wir sind auf dem Weg, ein guter Bürger zu werden. Euch müsste ich damit hinnehmen. Dann wird es nicht besser, sondern wird es immer noch schlimmer. Aber wer das nicht möchte und unsere Regeln brechen will, wir sind Menschen, wir sind Bürger. Komm doch mal mit mir an den Tisch und dann quatschen wir mal wieder. Puh, scheiße, man, ich kriege richtig Gänsehaut. Dass man über Gewalt gegen Kinder in einem ernsten Tonfall spricht, ist natürlich vollkommen klar. Das Gegenteil wäre auch irgendwie komisch. Aber mal im Ernst. Man kann ihm in seinen YouTube-Videos geradezu dabei zusehen, wie die bildhaften Headlines von seinem Smartphone gedankenlos ins Hirn wabern und in einem aggressiven Tonfall einfach wiedergegeben werden. Es ist fast, als wäre er ein wütender Reaction-Streamer nur für Bildüberschriften. Mein Problem mit Carsten Stahl ist nicht die Ernsthaftigkeit, mit der er über Kinderschutz spricht. Mein Problem mit Carsten Stahl ist die Ernsthaftigkeit sich selbst gegenüber und dem Ausnutzen von Kindertraumata, um einfach nur noch mal fünf Minuten über die Grünen abzuranten. Ich meine, natürlich inszeniert sich jeder Mensch im Internet selbst. Wenn man sich mal meine Instagram-Seite zum Beispiel reinzieht, wird man schnell feststellen, dass ich gerne eine besonders witziger, besonders intellektueller Intellektueller wäre, der sich der Unbedeutsamkeit allen Seins bewusst ist, sich mit Hilfe von Pseudo-Meta-Ebenen aber darüber lustig macht und in Wahrheit, wo nur halb so lustig und halb so schlau ist, für wie er sich hält. Aber das könnte ich niemals zugeben. Und außerdem stimmt's ja sowieso nicht. Wenn es dann aber um Carsten Stahl geht, scheint er einfach nicht zu bemerken, mit was für einer Vehemenz er sich ins Zentrum stellt. Kreist die Erde um die Sonne? Ne, um Carsten Stahl natürlich, Bitch. Denn abgesehen von seinen Hass-Tiraden gegen Politiker und seinen mehrwertlosen Berichten über verstorbene Kinder gibt es lediglich ein einziges, 60 Minuten langes Video, in welchem wir ihn endlich mal in Aktion sehen können. In verschiedenen Situationen versucht er zwischen Mobbern und gemobbten Jugendlichen zu vermitteln. Dabei nutzt er auch gerne künstlerisch sehr wertvolle Kameraeinstellungen. Und ihr wollt das auch nicht. Und deshalb bitte ich euch, nicht mehr wegzusehen, nicht mehr zu schweigen, nicht mehr mitzumachen und jedem, der dabei mitmacht, zu sagen, ich mach da nicht mit. Nichts geht über Menschlichkeit. Und wenn ihr kein Respekt vor der Würde eines einzelnen Menschen habt, dann nutzt euch euer ganzer Ruhm, euer ganzer Erfolg nichts. Dann seid ihr wertlose Fassade. Also wie man bei den Kameraeinstellungen noch nicht den Oscar gewinnen konnte, weiß ich auch nicht. Von den 60 Minuten dieses Videos darf das erste Mal eine andere Person einen ganzen eigenen vollständigen Satz formulieren, bei Minute 50. Ich will mit all dem hier nicht sagen, dass ihm Kinder und Jugendliche egal sind. Ich bin sogar davon überzeugt, dass ihm Kinder und Jugendliche wichtig sind. Denn, wenn er wollte, könnte er noch um einiges reißerischer mit ihnen in seinen Videos umgehen. Zum Beispiel werden alle Minderjährigen in seinen Videos unkenntlich gemacht, was man beispielsweise von irgendwelchen Family-Youtubern durchaus anders kennt, wenn da mal wieder weinende Kinder verkauft werden. Worum es mir hier geht, ist eine kontinuierliche Selbstinszenierung, bei der er nicht nur seine eigentliche Arbeit in den Hintergrund stellt, sondern sie auch noch zweckentfremdet für die ganz eigene politische Agenda. Das Problem mit Carsten Stahl ist, glaube ich, dass er auf mich wie ein Typ wirkt, der Kritik nicht unbedingt gut aufnehmen kann. Ich glaube, er nimmt das sehr persönlich und würde es direkt ummünzen, indem er Sachen sagt wie, Was ich persönlich niemals tun würde. Schließlich machen sich schon genug andere über gemobbte Kinder lustig. Offensichtlich. Wie ich gerade sehe, hat er sogar mal zusammen mit seinem Busenfreund Michael Kuhr ein Video hochgeladen, in dem er tatsächlich auf kritische Kommentare eingeht und es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein aktiver Kokser und ein Ex-Geldtreiber-Zuhälter. Leute, die diese beiden tun, auch vernünftig. Das ist alles fake. Beide extrem viel Leichen im Keller. Na ja, gut. Mit Deutsch will ich jetzt mal wegfallen. Wer von uns beiden ist jetzt hier der Kokser und wer ist der Ex-Geldtreiber-Zuhälter? Also definitiv, ich nehme keine Drohung, bin komplett clean und brauche keine Drohung. Meine Motivation, mein Wille ist meine Droge. Ich brauche so Müllen nicht. So, und beide extrem viel Leichen im Keller. Ganz ehrlich, meine Leichen habe ich alle nach außen getragen. Das solltest du mal im Bundestag machen. Die haben nicht nur Leichen im Keller. Die stapeln mittlerweile die schon in ihren Bunkern. Huhu, Carsten, schon mal was von Troll-Kommentaren gehört? Schon mal was von Hatern gehört? Kein Schwein auf YouTube lädt ein Kommentare-Kommentieren-Video hoch und geht damit so dermaßen humorlos um. Das kann doch nicht wahr sein. Wie ernst kann man sich denn bitte nehmen? Carsten, was ist los? Wenn du dich für Kinder einsetzen möchtest, dann mach es. Go for it. Aber schieb doch keine menschlichen Tragödien vor, nur um noch ein weiteres Mal über die Regierung abzulästern. Denn schaut man sich mal diese fassungslosen Unser Land geht vor die Hunde-Kommentare an, ist das alles, was bei den Leuten hängen bleibt. Natürlich neben Lobpreisungen in Richtung Carsten Stahl, Kinder hingegen sind scheißegal. Das ist es zumindest, was das Publikum widerspiegelt. Somit hat der liebe Carsten es geschafft, binnen weniger Jahre von einem Kinderschützer und Gewaltpräventionscoach zu einer Art wandelnder Bildüberschrift zu werden, die voller einseitigem Hass, mediales Opium ans Volk verteilt und das auch noch so unfassbar humorlos. Merkt man gar nicht, dass mich die Humorlosigkeit am meisten stört, oder? Ich habe das gesamte Internet abgescannt und ich konnte ein einziges Bild von ihm finden, auf dem mal wirklich ein Ansatz eines Lächelns zu sehen gewesen ist. Nur steht er da leider vor einer Kreidetafel, nebst einigen schlimmen Schimpfwörtern. Pussy. Im Verlauf meiner Recherche habe ich ehrlich gesagt mindestens genauso viel Angst um unsere Kinder bekommen, wie Carsten Stahl himself. Denn wenn er dann mal wieder mit Kindern zu tun haben sollte, weiß ich nicht, ob er seine Hass-Tieraden runterschlucken kann. Wenn man mal bedenkt, dass gerade junge Menschen zu den von ihm verhassten grünen Klimaklebern gehören. Müsste Carsten Stahl nicht der Kopf platzen, wenn er gerade dabei ist, einem gemobbten 16-jährigen Mädchen zu helfen, dann aber feststellt, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl die Grünen wählen würde? Also Carsten, wenn du das hier sehen solltest, ja, ähm, chill mal, Bro. Hör am besten einfach direkt auf, Bildüberschriften zu zitieren und mach dich nicht zu dem, vor dem man uns in Büchern wie Schöne Neue Welt oder George Orwells 1984 gewarnt hat. Denn wenn ich solche Videos sehe, denke ich an all diese Pseudo-intellektuellen, dystopischen Internet-Memes, in denen man sich pathetisch über den modernen Menschen lustig macht. Ladies and Gentlemen, wenn ihr auf der Suche seid nach Fröhlichkeit, nach Heiterkeit, dann geht nicht zu Carsten Stahl. Bleibt, bleibt doch lieber hier, ja, und abonniert diesen Kanal, wenn ihr möchtet. Das war's nämlich wieder für heute. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Deep Dive into Carsten Stahl gefallen. Lasst es mich gerne über einen Like oder einen Kommentar wissen. Und vielleicht sehen wir uns dann ja schon bald wieder, wenn es heißt Was ist denn mit Carsten los? Tschüss!